In diesem Film lernen Sie, wie Sie eine Datei auf Datenträger speichern. So geht's. Klicken Sie in der Symbolleiste für den Schnellzugriff auf das Disketten-Symbol. Beim erstmaligen Speichern erscheint dieses Dialogfenster. Tippen Sie den gewünschten Dateinamen in dieses Feld. Achtung! Klicken Sie nicht in das Feld, um anschließend den vorgeschlagenen Dateinamen buchstabenweise zu löschen, viel zu umständlich. Solange der Dateiname markiert ist, brauchen Sie nur zu tippen, um ihn zu überschreiben. Jetzt wählen Sie den gewünschten Speicherort. Mit einem Klick auf Speichern schließen Sie die Aktion ab. Ab jetzt speichert jeder erneute Klick auf das Disketten-Symbol ohne weitere Rückfrage die Datei unter dem bestehenden Namen im bestehenden Ordner. Anders formuliert? Dateiname und Speicherort sind nur beim ersten Speichern nötig. 술bewerb Vielen Dank.